Hallo, guten Morgen, mein Name ist Max Frag und ich möchte euch heute etwas von einer Obsession, die mich in den letzten eineinhalb Jahren oder so geplagt hat, erzählen. Wir sprechen immer von unserer alten Dame, ein Zusatz Z23-Rechner. Das meiste, was ich erzählen werde, ist allgemein. Vielleicht gibt es ein paar Details, die bei manchen anderen Zusatz Z23-Rechnern anders sind. So wirklich identisch ist keiner von den 100, die da mal gebaut wurden. Ich kenne einen relativ genau, deswegen, wenn ihr schon mal einen anderen gesehen habt und sagt, hm, das war doch ganz anders, lasst es mich wissen, ich weiß es nicht von allen. Genau. So, was habe ich irgendwie so grob vor? Ja klar, so ein bisschen Einführung kann man machen. Dann so ein bisschen Bestandteile, weil, naja, nicht zu jedem Rechner gehören irgendwie die gleichen Dinge dazu und zu so einer Z23 gehören vielleicht Dinge, von denen man nicht üblicherweise gedacht hat, dass die notwendiger Bestandteile eines Computers sind. dann, ja, so ein bisschen Rechnerarchitektur. Wie funktioniert denn dieser Rechner und wie funktioniert dieser Rechner vielleicht ohne so manche Dinge, von denen man glaubte, dass sie Bestandteil des Rechners sein müssten. Ähm, das vermischt sich dann auch so ein bisschen mit all meinen Funktionsdingen. Ähm, dann ein bisschen was dazu, zu unserer Z23, die jetzt nochmal ein zweites Leben geschenkt bekommen hat, nach einem etwas längeren Schlaf. Und, ja, noch so ein kleines Fazit und vielleicht noch ein, zwei Bonusfolien. Mal schauen, wie ich in der Zeit durchkomme. Ähm, so. Warum ist das überhaupt noch interessant, sich mit einem Computer zu befassen, der jetzt im Falle von der Z23, die ich sehr genau kenne, von 1962 ist. Das ist jetzt in Informatikzeiten doch eine ganze Menge. Äh, zu dem Zeitpunkt gab es in Deutschland, ich glaube, eine Informatikfakultät. Äh, an meiner Uni gab es noch keine. Äh, da ging es gerade darum, dass ein Institut für mathematische Maschinen und Datenverarbeitung gegründet wird, das später mal zur Informatik werden sollte. Ähm, aber ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Dinge, in denen eine Vergangenheit zu kennen und zu kennen, was es an früheren Entwicklungen gab, echt hilfreich für die Zukunft ist. Und wir sehen auch in der Informatik, dass sehr, sehr viele Entwicklungen einfach wiederkommen. Und vielleicht ist es ja auch manchmal interessant, einen Computer zu bauen, in dem sehr weite Teile apokalypse-sicher sind. So, versucht mal irgendwie euer Notebook zu reparieren nach der Zombie-Apokalypse. Also, so ein paar Transistoren und so ein paar Widerstände und so Lötkorben, das findet man vielleicht alles noch. Und damit kann man bei so einer Z23 schon jede Menge machen. So, alle Logik reparieren. Ähm, ja, was versuche ich euch jetzt irgendwie zu erklären? So, naja, so das eine, ein bisschen ein Gefühl dafür geben, wie man es schafft, einen kompletten Computer mit, ja, irgendwie so 2600 Transistoren zu bauen. Das ist, glaube ich, schon eine ganz schöne Herausforderung. Ähm, dann, ja, ich bin versucht, die Z23 jetzt einen RISC-Prozessor zu bezeichnen, was vielleicht auch so ein bisschen verwunderlich ist, weil 62 gab es da nicht nur irgendwie so ZISC-Rechner mit Monster-Instruktionen und Micro-Code und, nee. Ähm, dann, ja, wie kann man mit diesem Computer Musik erzeugen? Ähm, das ist zwar eigentlich eindeutig ein Rechner, der auf irgendwie Stapelverarbeitung ausgelegt ist, und die Konsole hat nichts damit zu tun mit allem, was ihr jetzt bei Konsole denkt, aber Musik machen kann man. Ähm, und ganz wichtig, warum braucht jeder, der eine Z23 betreiben will, immer einen Schraubenzieher? Dann, ja, vielleicht ein paar Enttäuschungen. Es gibt auch Dinge, die dieser Vortrag nicht behandeln wird. Ähm, ich werde zumindest nicht notwendigerweise erklären, wie man Freiburger Code schreibt. Ähm, Freiburger Code? Äh, ja, naja, die heute verbreiteten amerikanischen Begriffe für Standarddinge haben sich zu dem Zeitpunkt noch nicht durchgesetzt. Und das, was ihr heute als Assembler kennt, heißt bei Zuse Freiburger Code. Ähm, dann, ja, das habe ich gerade für die, die schon länger da sind, schon mal angeschnitten. Äh, ich kann nicht erzählen, wie mein Trommelspeicher neu beschichtet. Das ist eine Frage, die mich persönlich interessiert, aber wir wissen es nicht. Ähm, und, ja, natürlich, es wird auch nicht um Stacks gehen, weil Stacks waren noch nicht erfunden und die Zuse braucht auch keinen Stack. Neumodisches Zeug. So, ähm, jetzt habe ich irgendwie schon ganz schön viel erzählt. Was ist denn das, von was ich hier rede? Also, das da ist eine Zuse Z23, so wie man sie von der Zuse KG geliefert bekommen hat. Also, vielleicht geliefert mit ein paar wenigen Gebrauchsspuren, aber wenn man eine Zuse bestellt hat, hat man so das da bekommen. Und zwar alles. Also, die beiden Schreibtische gehören dazu. Der Schreibtisch, auf dem die Konsole steht, sowieso, weil der ist integraler Bestandteil der Konsole. Der andere Tisch ist tatsächlich einfach nur ein Tisch, auf dem Fernschreiber und Lochstreifenleser stehen, aber der gehört dazu. Und der Schrank da hinten, mit den Lochstreifen, der gehört auch dazu. Ähm, genau. So, naja, so ein bisschen Daten wird mir nicht drumherum kommen. Also, ich habe es schon angeschnitten. Unsere Z23 ist 1962 ausgeliefert, gehört damit noch zu der ersten Hälfte des Produktionszyklus. Ähm, in der zweiten Hälfte gab es ein paar größere Veränderungen. Ähm, sie hat in guten Zeiten mit einem gut eingespielten Bedienteam 600 Betriebsstunden im Monat geschafft. Das ist jetzt vielleicht heute in Zeiten von IBM Five Nines und wir haben irgendwie 99,999% Uptime. Nicht besonders beeindruckend, aber verglichen mit so dem direkten Vorgängerrechner, der ein Röhrenrechner war, ist das eine sehr erstaunliche Leistung. Also, mit dem Rechner konnte man, wenn man ihn gut gemanagt hat, 20 Stunden am Tag rechnen. Das ist schon okay. Man muss immer noch ein paar Stunden reparieren, aber hey. Ähm, wir haben einen sagenhaft großen Schnellspeicher. Was das ist später mehr von 256 oder 240 Worten. Das ist so ein bisschen Definitionssache, was man da zählt. Ähm, wir haben eine Trommel von 8000 Worten. Das ist so unser Festspeicher. Und wir haben als Eingabegeräte, die immer mit dazugehören, eben den Lochstreifenlaser mit einem 5-Bit-Lochstreifen, äh, beziehungsweise eine Bedienkonsole, die notwendigerweise zum Betrieb benötigt wird. Ähm, und wir haben einen Fernschreiber zur Ausgabe, der sowohl Papierbeschreiben als auch Lochstreifen lochen kann. Ähm, und wir haben auch wieder die Konsole und es gibt 80 Glühlampen, die man da quasi als Ausgabe sehen kann. Ähm, und ja, es sind Glühlampen. LEDs waren zu dem Zeitpunkt nur in einzelnen Farben erhältlich und unbezahlbar. Nein, Glühlampen. Ähm, so. So, jetzt haben schon vielleicht Leute komisch geschaut beim Begriff Trommel. Weil, also, wahrscheinlich hat keiner von euch einen Rechner mit Trommel zu Hause, oder? Dachte ich mir. Ähm, ist aber auch irgendwie gar nichts Verwunderliches. Das ist ein magnetischer Permanenzspeicher, genauso wie Festplatten. Ähm, der entscheidende Unterschied ist halt, naja, die Daten liegen nicht auf der Oberfläche von irgendwelchen Platten, sondern die liegen auf der Seite von dieser Trommel. Ähm, man, also, wenn man irgendwie vorne sitzt, sieht man vielleicht schon, dass hier irgendwie so ein heller Fleck ist. Das ist der Grund, warum die Trommel garantiert nicht mehr funktionieren wird. Die hat schon ziemlich üble Headcrashes hinter sich. Ähm, die ist echt übel zerkratzt. Ähm, kleiner Unterschied zu so Festplatten, wie ihr sie kennt. Festplatten haben üblicherweise bewegliche Köpfe. Hier hat man sich das gespart und hat es einfach durch viele Köpfe ersetzt. Das heißt, hier rundherum, durch jedes dieser Löcher hier, kommt ein Lesekopf. Das sind acht Bänke mit 36 Köpfen jeweils. Äh, hier sieht man schon, also hier ist eine so eine Kopfbank drangeschraubt. Ähm, da hinten ist noch eine drangeschraubt. Hier fehlen sie noch. Das ist so ein Work-in-Progress-Bild, äh, wie das aussah, als wir versucht haben, die Maschine wieder zum Laufen zu kriegen. Ähm, genau. Ja, dann habe ich noch gesagt, was brauchen wir auch notwendigerweise? Wir brauchen diese Konsole. Das da ist die Konsole, nicht so Command-Prompt oder so. Ähm, das ist auch offensichtlich keine Tastatur. Also, da tippt man keinen Text ein. Was man hier eintippt ist, gut, hier oben steht schon irgendwie so, überklebt, Finger weg. Damit schaltet man die Trommel ein, dann schaltet man den Rechner ein, dann schaltet man... ...den Takt ein. Und die obere Reihe ist so alles irgendwie grobe Bedienung von dem Rechner an sich. Ähm, plus so ein bisschen Debugging-Dinge. Dann kommt eine Zeile, das ist der Inhalt eines Befehlsregisters. Da kann man Tasten drücken und der Status der Tasten wird einem durch Aufleuchten signalisiert. Also, mit Drücken kann man den Zustand manuell umschalten und durch Aufleuchten zeigt einem einfach die Maschine an, hey, welchen Wert hat dieses Bit. Jede dieser Tasten ist einfach ein Bit in der Maschine. Und die unterste Zeile ist der Akkumulator-Inhalt, also die unterste volle Zeile. Und ganz unten ist so ein bisschen Standardablaufsteuerung, das ist so Programmstart, Single-Stepping, so Dinge. Ähm, das heißt, also, wenn man jetzt irgendwie Konsole hört, dieses Ding ist ein notwendiger Teil, um die Maschine einzuschalten, um sie zu bootstrappen. Ist aber auch in relativ weiten Teilen ein Debugger, weil ich tatsächlich direkt in die Hardware reinschreiben kann. Ähm, und was man vielleicht auch noch sieht, ist, man sieht so diese zwei, äh, Blöcke aus weißen Strichen. Das sind Lautsprecher. Die werden auch noch wichtig. So. Dann haben wir den eigentlichen Rechner. Der sieht so aus. Ähm, der ist jetzt hier aufgeklappt, aber das stört nicht im Betrieb und ist jetzt vielleicht auch kein so seltenes Bild, weil man muss halt doch im laufenden Betrieb öfter mal hin und, äh, mal auf eine Karte draufhauen, dass sie wieder tut. Dafür braucht man den Schraubenzieher. Also, wenn der Rechner mal hängen bleibt, Schraubenzieher nehmen, nicht die Spitze. Ne, man nimmt ihn an der Spitze und dann klopft man einfach mit dem Hinterteil vom Schraubenzieher so hier über diese Lochkarten drüber. Und irgendwann hat man den Kontakt gefunden, der nicht leitet und dann rechnet der Rechner weiter. Ähm, oder man hat vielleicht auch einfach nur eine kalte Lötstelle auf einer dieser Karten gefunden. Und, ja, auch dann rechnet der Rechner halt einfach weiter, nachdem man das gefunden hat. Ähm, was ist auf so einer Karte drauf? Naja, also so eine Karte sind so vier Und-Gatter, ein Flip-Flop, ähm, acht Nobs, äh, acht Nots. Ähm, ja, so irgendwas so in der Größenordnung. Also so maximal irgendwie zehn logische Elemente. Ähm, beziehungsweise wenn es halt komplexere Elemente sind wie Flip-Flops, auch einfach nur eins pro Karte. Und man sieht schon irgendwie, da steht so direkt Multimeter daneben, ähm, beziehungsweise ja ein Logic Analyzer, das ist halt Debugging. Man kommt überall hin, man kann überall nachmessen. Ähm, das ist schon ganz praktisch. Und was man so ganz oben sieht, sind die Netzteile. Ähm, das sind, äh, 6 und 12 Volt Netzteile. Ähm, also der Rechner braucht auch nicht wirklich viel Strom. So, da habe ich schon erwähnt, hey, wir haben einen Schnellspeicher. Was ist ein Schnellspeicher? Das ist Schnellspeicher. Der kann, je nachdem, wie die Zuse aussieht, zu der ihr Zugang vielleicht irgendwo findet, sehr unterschiedlich aussehen. Da gab es ein paar Revisionen. Äh, der grundlegende Aufbau ist aber immer gleich. Das ist ein Magnetferrit, äh, ein Ferritkernspeicher. Das heißt, das sind so kleine Ringe, die über Kupferdrähtchen gefädelt sind, von Hand. Äh, Zuse hat irgendwie einen relativ großen Stab an Näherinnen beschäftigt, äh, die Ferritkerne gefädelt, äh, Karten von Hand bestückt haben und lauter solche Dinge. Der Rechner ist zu sehr großen Teilen Handarbeit. Und, ja, das sind 256 Worte. Ich habe jetzt mal Worte gesagt. Ähm, so Intel-Welt ist vielleicht ein bisschen damit verdorben, dass Worte 16-Bit sind. Äh, der Rest der Menschheit denkt da vielleicht heutzutage an 32 oder 64-Bit. Ähm, im Falle der Zuse reden wir von 40-Bit-Worten. Was für die Zeit doch schon irgendwie nach einer ganz schön großen Wortbreite klingt, ähm, ich werde auch noch erklären, wie das zustande kommt. Ja, ähm, dann haben wir einen Fernschreiber, ähm, Standardkomponente, Firma Siemens in dem Fall, wurde somit ausgeliefert. Ähm, das ist mit einem Standard-Fernschreiber, äh, Telefonstecker aus der damaligen Zeit an der Maschine angeschlossen. Ähm, Ausgabe. Eingabe, ein optischer Lochstreifenleser der Firma Ferranti. Äh, das heißt, dieses Ding, äh, hat eine Lampe und Fotodioden und kann damit berührungsfrei Lochstreifen abtasten. Das ist super, solange niemand mit fettigen Fingern die Lochstreifen in der Hand hatte. Ähm, dann werden die Lochstreifen leider mit der Zeit transparent und dieser Lochstreifenleser kann sie nicht mehr lesen. Dann geht man an den Tanschreiber und kopiert sie mit einem mechanisch abtastenden Lochstreifenleser auf einen neuen Lochstreifen. Und versuche das nochmal, ähm, ja. Dann. Ich habe schon in der Beschreibung vielleicht so ein bisschen eingedeutet, so ein bisschen Rechenarchitektur brauchen wir so. Und wer so übliche Rechenarchitektur gehört hat, wird sagen, naja, so ein Rechner hat irgendwie so einen Befehlszähler oder einen neumodischen Instruction Pointer. Ne, haben wir nicht. So ein Prozessor hat üblicherweise auch so ein paar Register. Nicht so wirklich. Arbeitsspeicher. Arbeitsspeicher haben wir bestimmt, oder? Ne. Ähm, Busse brauchen wir. Also irgendwo müssen ja unsere Daten drüber. Wir haben ja gesagt, wir haben 40 Bit. Das heißt, irgendwo finden wir bestimmt so parallel laufende 40 Bit. So 40 Leitungen. Ne. Äh, Interrupts wären voll praktisch. Zumindest glaubt das irgendwie heute jeder, dass man die auch unbedingt braucht. Ne. Und irgendwo muss doch unser Takt-Signal herkommen, damit dieser Rechner rechnet. Vielleicht so ein Quarz? Ne. Okay, also irgendwas ist komisch an diesem Rechner. Takt-Erzeugung. Kein Quarz. Es gibt Schaltpläne. Auf den Schaltplänen steht was von Uhr. Schauen wir auch mal, was diese Uhr macht. Ne. Diese Uhr macht irgendwie Ablaufsteuerung. Die ist ein großes Schieberegister. Aber da kommt garantiert kein Takt raus. Und irgendwie ist das komisch. Die Taktfrequenz hängt irgendwie auf seltsame, indirekte Art und Weise von Netzfrequenz ab. Und also wenn man irgendwie so ein sehr wackeliges Stromnetz hat, das irgendwie nicht so ganz diese 50 Hertz schafft, dann läuft die Maschine auch irgendwie instabil. Okay, Takt-Erzeugung. Ja, die Umdrehungsfrequenz der Trommel ist die doppelte Netzfrequenz. Das wird elektrisch gewandelt. Da ist so ein Elektromotor, ein Generator und ein zweiter Synchron-Elektromotor, der synchron zu 100 Hertz läuft. Damit haben wir schon mal unsere Trommel. Und ganz oben an der Trommel, das hat man jetzt auf dem Bild nicht wirklich gesehen, aber ich habe es auch absichtlich ignoriert, gibt es so ein ganz fein geriffeltes Metallrad. Ein Zahnrad. Und an diesem Zahnrad wird jetzt induktiv der Takt abgenommen. Das heißt, wir müssen erstmal unsere Trommel einschalten, warten, bis unsere Trommel auf stabiler Drehzahl läuft. Und erst dann ist auch der induzierte Strom überhaupt stark genug, dass wir den Rest von unserer Maschine einschalten können. Aber dadurch läuft unsere Maschine synchron zu unserer Trommel. Das ist durchaus ganz praktisch, weil man hat halt keine seltsamen Timing-Dinge. Man weiß immer, wie die Trommel steht. So, wir brauchen Busse, habe ich noch gemeint. Also, man kann diesen Schaltplan absuchen, ich kann ihn euch in die Hand geben. Man kann da lang suchen, man findet eine Sache, die irgendwie so ein bisschen nach einem Bus aussieht und das ist quasi der Adressbus, um von der Trommel zu lesen. Aber 40 Bit muss man irgendwie transportieren. Und mit so Bussen in Verbindung bringt man gerne mal noch irgendwie so Pufferregister, die irgendwie so an den Taktgrenzen stehen, wo man Werte zwischenspeichert. Und auch die gibt es nicht. Die stehen nicht auf dem Plan und der Plan ist an der Stelle nicht unvollständig. Ja, nee, wir brauchen keine Busse. Der Rechner ist bit-seriell. So, in zweieinhalbtausend Transistoren einen 40-Bit-Rechner unterzubringen, klappt halt nicht, wenn man irgendwie eine 40-Bit-breite Alu bauen muss. Was man deswegen gebaut hat, ist ein Rechner, der 46 Takte braucht, um einen Befehl abzuarbeiten. Was in jedem dieser einzelnen 46 Takte passiert, steuert diese Uhr. Das heißt, das sind 40 Takte für die 40 Bit von einem Wort. Und naja, noch so 6 Bits für irgendwie Verwaltungsoverhead. Deswegen brauchen wir aber halt auch keine Busse, sondern wir haben halt einzelne Leitungen. So. Ja, Register, Arbeitsspeicher hat man irgendwie so normalerweise. Also man kann irgendwie auf diese Pläne schauen und man findet da so ein paar Reihen von Flipflops und das ist ein Befehlsregister, ein Akkumulator. Zwei Befehlsregister und ein Akkumulator. Allzweckregister gibt es nicht. Gut, wenn jetzt Leute sagen, da habe ich so früher so in dieser Heimcomputerzeit auch schon Rechner gesehen, die so aussahen, so reine Akkumulator-Architekturen, da gab es das doch schon mal. Ja, bei Zuse ist halt irgendwie die Trennung schwierig, aber die allgemeine Antwort ist, es gibt diesen Schnellspeicher und dieser Schnellspeicher ist irgendwie so ein bisschen von beiden. Der Schnellspeicher hat 16 untere Adressen, die irgendwie Special Purpose sind, deswegen fallen die auch gerne mal in der Rechnung weg, wie viele Schnellspeicheradressen man eigentlich zur Verfügung hat und man kommt da auf 240 nur noch. Und in diesen unteren 16, da gibt es so ein Zero-Register. So, das kennt jeder irgendwie, der schon mal mit einem Risk-Prozessor zu tun hatte. Wenn man von Register 0 liest, liest man Nullen. Das ist manchmal ganz praktisch, weil manchmal will man Register Nullen oder manchmal will man Operanten wegwerfen, dann schreibt man die in Register 0. So was haben wir hier. Wir haben so ein Index-Register, das als Index für Array-Zugriffe dient. Und wir haben außerdem in diesen 16 unteren Adressen so Memory-Mapped-IO. Also, es gibt keine Spezialbefehle zur Ausgabe auf dem Fernschreiber, sondern wenn man auf den Fernschreiber Dinge ausgeben will, schreibt man halt in Register 15. Also Schnellspeicheradresse 15. Das triggert automatisch den Fernschreiber und ja, keine Spezialbefehle. Relativ schönes Instruction-Set an der Stelle und alles, was man an I.O. macht, passiert genau darüber. Genauso, wenn man von Adresse 15 liest, liest man nicht den Inhalt von diesem tatsächlich eigentlich physikalisch existenten Schnellspeicher an der Stelle, sondern man liest einfach von dem Lochstreifenleser. So, jetzt wird es langsam hart. So einen Befehlszähler braucht man noch. Also, wie soll sonst so ein Rechner funktionieren? Aber das gibt es nicht. Es gibt auch nirgendwo in der ALU sowas wie ein Instruction-Fetch, das irgendwie automatisiert neue Befehle holen würde. Ja, die Antwort sind diese zwei Befehlsregister. Wir haben zwei Befehlsregister. Mit jeder Taktausführung tauschen die implizit ihre Rollen. Ein Takt ist das eine Befehlsregister ran, also ein Befehlstakt, sprich 46 Maschinentakte. Im nächsten Schritt ist das andere Register ran. Während der normalen Ausführung befindet sich in einem dieser beiden Register immer ein Befehl hole Befehl und inkrementiere die Adresse, von der du den Befehl holst Befehl. Und, naja, der zweite Befehl ist ein Arbeitsbefehl. Das heißt, das Instruction-Fetch ist an der Stelle halt tatsächlich ein expliziter Befehl. Wenn wir jetzt Sprünge machen wollen, sieht das so aus, dass der Befehl hole Befehl einen anderen Befehl hole Befehl liest und damit die beiden rotierenden Register ihre Rollen tauschen. Das heißt, wenn zuerst in Register 1 die Befehl hole Befehle standen und in Register 2 die tatsächlichen Arbeitsbefehle, dann stehen danach in Register 2 die Befehl hole Befehle. Das ist irgendwie ein ganz interessantes Design, das aber wahrscheinlich niemand, der irgendwie so gelernt hat, wie Amis heutzutage Rechnerarchitektur machen, heutzutage noch bauen würde. Ermöglicht eine ganz lustige Sache, ermöglicht nämlich Debugging ohne jede Form von Speicherzugriffen. Also, wenn ich halt nicht weiß, was irgendwie sonst noch so funktioniert oder weiß, dass meine Speicherzugriffe nicht funktionieren, kann ich einfach an der Konsole zwei Befehle in die Befehlsregister eintippen und dann laufen die. Einfach so. Also, natürlich, es gibt keinen Weg da raus. Wenn ich keinen Befehl hole Befehl habe, komme ich nie mehr aus dieser Schleife raus. Ich kann nur noch mit der Konsole die Maschine wieder anhalten und andere Befehle eintippen. Aber ich kann einfach mal so zwei Befehle ausführen und mal schauen, macht die Maschine das überhaupt? Ja, okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen geschenkter. Interrupts brauchen wir auch nicht. Also, wir haben auch keine Timer-Interrupts. Gut, wir haben kein Betriebssystem, das irgendeine Form von Timesharing oder irgendwas machen will. Wir haben kein Betriebssystem. Deswegen vermissen wir vielleicht auch keine Timer-Interrupts. Ja, also, es gibt einfach keine Interrupt. Es gibt sowas, also man kann die Maschine zu beliebigen Zeitpunkten anhalten. Man kann der Maschine auch sagen, rechne mal so lange, bis du an diese Adresse kommst. Ein sogenannter Adressstopp. Und man kann die Maschine single-steppen. Aber das sind alles nur Funktionen der Konsole. und keine Funktionen, die man aus dem Code heraus bedienen könnte. Wenn jemand auf eine spätere Z23 stößt, so in eine Z23V für verbessert, die kann einen Interrupt. Da gibt es so eine IO-Extension, mit der man dann Industriesteuerung machen kann. Und an der Stelle sind sie dann auf die Idee gekommen, na, wäre es doch ganz praktisch, Interrupts zu haben. Aber die frühen Z23s können keine Interrupts. So. Ich habe jetzt schon so ein bisschen Gefühl hoffentlich dafür gegeben, was an diesem Rechner irgendwie anders und seltsam ist. Also ich würde argumentieren, dass wir es hier mit einem RISC-Prozessor zu tun haben. Wir haben einen vollorthogonalen Befehlssatz. Es existieren keine ungültigen Befehle. In unseren 40-Bit-Befehlsworten schalten einzelne Bits einfach einzelne ALU-Funktionen ein und aus. Und die kann man beliebig kombinieren. Man kann umspeichern, addieren, subtrahieren, Shift um 2 nach links, Shift um 1 nach rechts, alles kombinieren, alles auf einmal machen. Ja, Shift um 2 nach links und 1 nach rechts, weil somit kann man um 2 nach links schiften, was manchmal echt praktisch ist. Und man kann um 1 nach links schiften und man kann um 1 nach rechts schiften. Und 2 nach rechts schiften geht nicht in einem Befehl, aber hey, gut genug. Wir haben feste Befehlswortbreite von 40-Bit. Es gibt keine Instruktionen variabler Länge. Es gibt keinen Micro-Code. Alle Befehle haben konstante Ausführungsdauer. Minus Speicherzugriffe natürlich, aber gut, das ist ja auch so das, was bei klassischen Risk-Prozessoren gerne mal unterschlagen wird, dass natürlich Speicherzugriffe wir auch dort länger brauchen. Und total modern, wir können Branchless-Code schreiben. Wir haben nämlich Bedingungs-Bits und können jeden Befehl nur dann ausführen, wenn unser Akkumulator oder ein zweites Register einen bestimmten Wert hat. Also entweder Null ist oder genau nicht Null ist. Aber damit kann man tatsächlich sehr modern programmieren, was man so heutzutage lernt. So, ja, es ist irgendwie total cool, wenn man nicht für alles echte Sprünge machen muss. Natürlich, wir haben hier keine Sprungvorhersage. Es gibt hier keine wirklichen Performance-Vorteile davon. Die effektiven Vorteile sind, dass man kompakteren Code schreiben kann an der Stelle, weil, naja, so diese 8.000 Worte, die wir maximalen Speicher haben, sind halt echt nicht viel. Und so die Basisbibliothek passt in die ersten 1.000 Worte. Das ist ein Assembler, ein Disassembler, eine Floating-Point-Bibliothek, ein kleiner Formelübersetzer. Das ist so ein Fortran-Subset. Das ist alles in den ersten 1.000 Worten mit drin. Und es hat noch eine Checksumme, wenn man sie nicht aufaddiert, kommt Null raus. Einfach die ersten 1.000 Worte aufaddieren, Null, passt. So, jetzt gibt es diesen Rechner und ich habe schon gesagt, der funktioniert wieder. Er funktioniert wieder, nachdem er fast 20 Jahre lang eingemottet in einem Erlanger Gymnasium lag, die den Spaß hatten, Schülern daran Informatik beizubringen in den 80ern. Und ja, was braucht es denn, dass dieser Rechner wieder tut? Naja, also die Hauptarbeit war das da. Es gab da so zwei Menschen an meiner Uni, die haben über ein Jahr damit verbracht, mit einem Schraubenzieher die Leseköpfe, der Trommel hier alle auf Unterhaaresbreite über die Trommel zu stellen. Das ist kein spaßiger Job. Man dreht ein bisschen und schaut, kann die Maschine jetzt was schreiben und es wieder lesen? Nein? Okay, noch ein bisschen drehen. Genau. Genau, das hat es zum Glück nie. So ein bisschen Puffer hat man. Suse hat daran gedacht, dass das durchaus ein fehleranfälliger Prozess ist und es gibt Spare-Köpfe an der Trommel. Also man hat, ich glaube, pro Bank, also jede Bank sind acht, also es gibt acht Bänke und ich glaube, jede Bank hat vier Spare-Köpfe. Also sie braucht tatsächlich 32 Köpfe und es sind 36 da. Also man hat tatsächlich so ein bisschen Puffer und also bei der alten Trommel haben sie an einer Bank irgendwie so eine zittrige Hand gehabt oder so. Da waren die vier Spare-Köpfe schon aufgebraucht und dann ging halt ein Draht so von einer Bank hier mal so hier rüber, weil da war noch ein Spare-Kopf über und das geht dann auch. Aber das ist tatsächlich so das Aufwendigste gewesen. Ja, weil man musste halt irgendwie von diesem Zustand wieder zu einer funktionierenden Trommel kommen. Was man hier auch sieht, ist ein ganz wichtiges Detail, das man auf gar keinen Fall vergessen darf, wenn man so eine Z23 in Betrieb nimmt, vergesst nie die magnetische Zugkraftentlastung einzustellen. Na, wer hat schon mal bei seiner Festplatte die magnetische Zugkraftentlastung eingestellt? Also klar, irgendwie so eure Festplatten zu Hause, da wiegt auch das Ding, der sich dreht, keine 20 Kilo und liegt nicht in so einem Industriekugel-Lager. Das ist vielleicht ein bisschen harmloser. Was Zuse sich an der Stelle gedacht hat, ist, damit das Lager nicht so beansprucht wird in Betrieb, lagern wir doch die Trommel elektromagnetisch. Es gibt also dieses Ding da, das ist ein großer Elektromagnet. Und an der Bedienkonsole, also im Zweifelsfall im aufgebauten Rechner, so am anderen Ende des Raums, gibt es einen Potentiometer und mit diesem Potentiometer stellt man den Strom für diesen Elektromagneten ein. Und den muss man nun richtig einstellen, dass die Trommel, wenn sie auf Touren gelaufen ist, aus dem Lager gehoben wird und dann tatsächlich elektromagnetisch gehalten wird. Man darf das nicht übertreiben, ansonsten schrammt sie oben beziehungsweise das Alignment von den Spuren passt nicht mehr. Das wäre ja auch doof. Aber wenn man es zu wenig macht, dann wird halt das Lager über Gebühr strapaziert. Und naja, also mit dem Lernprozess, habe ich gesagt, das hat irgendwie über ein Jahr gebraucht, die Köpfe einzustellen. Man will nicht, dass das Lager in ein paar Jahren schon wieder kaputt ist. Ja, deswegen, also, sowas war irgendwie zu tun, dass der Rechner wieder läuft. Sie hat jetzt ein neues Trommellager. Es ist mit dem alten Lager noch kurz gelaufen. Sie war lauter als ein startender Düsenjet. Es war relativ klar, dass das irgendwie nicht so der Idealzustand sein kann. Dann, ja, die Leseköpfe mussten von Hand eingestellt werden. Kaputte Karten tauschen. Es gab auch einfach Karten, die komplett kaputt waren. Diese Steckkarten haben sich inzwischen so verbogen, dass man sich teilweise wundert, dass sie überhaupt noch funktionieren. Manche Steckkarten sind gebrochen. Geht aber alles. Selbst wenn uns irgendwie die Ersatzkarten ausgehen würden, diese Karten sind von der Bestückungsdichte so gering, da braucht man echt keine spezielle Technik, um das nachzumachen. Da kann ich irgendwie mit einem Filzstift die Leiterbahnen ziehen und es dann belichten. Das reicht. Und wenn ich irgendwie Transistoren brauche, kann ich zu Konrad gehen. Schaltcharakteristiken völlig egal. Spannung muss passen und dann ist gut. Da gibt es nichts Timing-Kritisches. Die Maschine ist an der Stelle echt gutmütig. Wie gesagt, auch die Lager sind Standard-Industrie-Kugellager. Die kann man auch einfach noch so kaufen. Außerdem, wenn man sich irgendwie fragt, wie funktionieren die Maschinen oder warum funktioniert da was nicht? Es gibt vollständige Schaltpläne und die wurden mit der Maschine ausgeliefert. Es war klar, man muss reparieren und Zuse war halt ein relativ klassischer Ingenieur und da gehört halt dazu, dass man irgendwie seine Arbeit dokumentiert. Nachteil von den Schaltplänen ist, alle Normen, wie man heutzutage elektronische Schaltpläne macht, sind danach entstanden. Der Rechner hält sich da nicht so ganz dran und es braucht doch ein bisschen Übung, diese Schaltpläne zu verstehen. Und ja, wir haben eine Riesenbibliothek an Software. Wir haben diesen Schrank voller Lochstreifen. Da sind Lochstreifen original von Zuse, die mitgeliefert wurden. Da sind Lochstreifen, die man im Nachhinein kostenlos nachbestellt hat. Es gab da so diese Zuse-Zeitschrift und da waren immer so Karten zum Raustrennen drin. Die hat man mit hier, wir haben jetzt ein neues Programm zur Statikberechnung von Brücken und dann hat man diese Karte rausgetrennt, hat die an Zuse geschickt und hat den Lochstreifen kostenlos zugeschickt bekommen. Konrad Zuse war der festen Übertrag, dass es völlig absurd wäre, wenn man Leuten schon einen Computer verkauft hat, für die Software auch noch Geld zu verlangen. Er hat sich darüber Gerüchten zufolge auch mal persönlich mit Bill Gates ein Streitgespräch geliefert. Daneben befinden sich in der Bibliothek aber auch noch größere Mengen an Programmen, die einfach Universitätsmitarbeiter in den 60er und 70er Jahren und Studenten geschrieben haben. Ist ein bisschen schwierig, weil wenn man da jetzt so einen Lochstreifen hat, da steht halt irgendwie keine Calling Convention drauf, da steht nicht drauf, wie dieses Ding irgendwie seine Argumente haben will und was es genau tut, wenn da halt irgendwie steht, ja, schnelles Integrationsprogramm. Ja, okay. Wie bediene ich das jetzt? Also, damit darf es durchaus noch ein bisschen Reverse Engineering, um das alles auch mal ausprobieren zu können. Naja. Aber, also, es ist auch nicht so schlimm. Ich meine, man kann diese Lochstreifen lesen. Auf diesen Lochstreifen steht der Sambler. Die Maschine assembliert alles beim Einlesen. Auf den Lochstreifen steht kein Binary. Das ist schon mal ganz nett. Also, gut, ob man jetzt Freiburger Code Assembler lesbarer findet als Zuse Binary, ist Ansichtssache, aber naja. Ja. Und hey, wir haben eine funktionierende Zuse und Leute benutzen das natürlich jetzt auch, um Unfug damit zu treiben, weil wir sind an der Uni. Man kann nämlich Musik mit der Zuse machen. So. Okay. Musik. Mit diesem Rechner. Ja. Wir haben da diese Lautsprecher an der Bedienkonsole. Diese, die Bedienkonsole ist unter anderem auch so ein bisschen Debugger. Also, wofür dienen die Lautsprecher? Naja, die Lautsprecher klacken bei jedem Wortzugriff. Äh, Worttransport. Also, wir greifen auf Schnellspeicher zu, wir greifen auf Trommel zu, jedes Mal ein Klack. Auf die Trommel können wir deutlich langsamer zugreifen als auf den Schnellspeicher. Alles dazwischen können wir modulieren und, naja, wir können auch noch so ein bisschen Befehle einbauen, die keine Speicherzugriffe machen. Damit können wir noch tiefere Töne erzeugen. Das heißt, wir können jetzt Programme schreiben, die in bestimmten Muster auf den Speicher zugreifen und damit Musik machen. Äh, ja, stellt sich heraus, diesen Unfug haben Leute schon in den 60er Jahren gemacht. Ähm, Okay, was können wir heute denn besser machen? Wie wäre es mit einem MIDI-auf-Zuse-Konverter? Ja, ähm, ein Doktoranden bei uns war sehr langweilig und, äh, man kann jetzt beliebige MIDI-Stücke auf diesem einen Laut, auf diesen zwei Lautsprecher in der Zuse wiedergeben. Ähm, und zwar ist das ein zweistufiger Compiler, der übersetzt das MIDI in ein Eingabeformat, das man an einen MIDI-Compiler, der auf der Zuse läuft, verfüttert und der rechnet dann ein bisschen und schreibt einem in den Speicher der Zuse ein Programm und führt dieses dann aus. weil irgendwie ein direkter Interpreter oder so wäre zu langsam. Ähm, ja, und außerdem, äh, heutzutage braucht doch jeder Rechner so umfassende serielle Bindungen USB. Ähm, ja, die Zuse hat USB. Ähm, also, sie ist kein USB-Host natürlich, das würde keinen Sinn machen, aber, ähm, ähm, man kann jetzt, äh, den Lochstreifenleser und den Fernschreiber durch einen USB-Port ersetzen. Da stöpselt man sich an seinen Rechner an und hat da so ein, eine Konsole und da kann man dann Dinge reinschreiben und die landen dann auf der Zuse, fallen die dann aus dem Lochstreifenleser raus. Und im Gegenzug alles, was die Zuse versucht auszugeben, landet dann hier auf dem Rechner. Das macht Debugging von dem Computer ein ganzes Eck einfacher, äh, weil, selbst nachdem man sich irgendwie alles wieder angeeignet hat, wie dieser Rechner funktioniert, ist doch, ähm, so, Code an einem Fernschreiber auf Lochstreifen zu schreiben und dann auszuführen und festzustellen, dass es nicht funktioniert, das ist halt niemand von uns mehr gewohnt, ne? Und ich glaube, so dieses Level an, von Anfang an funktionierenden Code zu schreiben, das hat auch einfach niemand mehr heutzutage und deswegen ist das total nützlich. Ähm, ähm, ja, ich hoffe, ich konnte so ein bisschen ein Gespür dafür geben, dass das doch eine sehr, sehr lehrreiche Architektur ist, die viele Dinge irgendwie schräg anders macht, die glücklicherweise durch Rückgriff auf viele Standardkomponenten und, naja, noch so ein paar Details, für die ich jetzt keine Zeit hatte, ähm, eine echt hohe Lebenserwartung hat und, ähm, durch die Spitzer-Realität sehr, sehr bauteileffizientes Design ist und sich nicht auch zu der Zeit echt teure Komponenten wie präzise Quartze verlässt. Ähm, so, da haben Leute echt viel Zeit rein investiert, dass diese Zuse wieder läuft, ähm, ein sehr, sehr großer Lohn dafür ist, wenn Leute sich dafür interessieren und sich diesen Rechner anschauen. Deswegen, klar, Werbeblock, wir machen regelmäßig in Erlangen jeden zweiten Donnerstag Vorführungen, ähm, und ansonsten für interessierte Leute, wenn ihr irgendwann anders mal in Erlangen seid und sagt, wir würden das gerne mal sehen, schreibt eine E-Mail an die Informatiksammlung, ähm, schreibt eine E-Mail an mich, äh, man kann da Dinge machen, ähm, wir wollen wirklich diesen Rechner vorführen, weil wir haben ihn jetzt nicht irgendwie damit wir damit spielen können, alleine restauriert. Ähm, ja, äh, wichtiger Dank an der Stelle geht, ähm, Herr Hartmann, der ein ehemaliger Techniker Zuse KG ist, ähm, ohne den, wenn der nicht mehr leben würde, würde auch unsere Zuse nicht wieder funktionieren. Äh, der hat so viel Erfahrungswerte und ich weiß nicht, wann man ohne den diese magnetische Zugkraftentlastung gefunden hätte. Ähm, dann folgt mal sie und Edwin Aures, die die Maschine wieder zum Laufen gebracht haben und die da stundenlang neben der lärmenden Trommel gelegen haben mit dem Schraubenzieher in der Hand in einer sehr unbequemen Position. Ähm, und Klaus Stengel, der einfach ausreichend naturbekloppt ist, um sowohl diesen MIDI-Converter als auch diese USB-Schnittstelle zu verbrechen. Ähm, die haben alle großartige Arbeit dabei geleistet. So, ähm, ich glaube, wir haben schon irgendwie überzogen. Äh, Sinn? Ja. Ja. Nö. Nö, nö. Also, auf Seiten der Zuse ist das einfach was? Ah, ja, ähm, okay, also, freier USB-Stick auf der Zuse. Nein, nein, die Zuse sieht nichts von USB. Das ist ein, da hängt ein Microcontroller dazwischen, der mehr Rechenleistung hat als die Zuse oder, ich glaube, es ist sogar ein Raspberry Pi am Ende geworden oder so. Ähm, alles, was die Zuse sieht, ist einfach, dass da Geräte an diesen Telefonsteckern angeschlossen sind, äh, an denen halt normalerweise der Lochstreifenleser und der Fernschreiber hängen. Ähm, nee, also, irgendwie Software-Overhead will man auf diese Märchen echt nicht noch haben. Ja. Ja. Puh. Puh. Äh, also, es gibt Compiler für die Zuse. Ähm, wie gesagt, gut, es gibt irgendwie diesen kleinen Formelübersetzer, das ist wirklich nur, um mathematische Formeln schreiben zu können. Äh, es gibt aber auch einen Algol-Compiler schon, der mit ausgeliefert wurde. Ähm, das ist kein vollständiges Algol-60, das ist irgendwie so ein Algol, Algol, äh, Subset Algol-60. Äh, Subset ist da ein feststehender Begriff. Ähm, also, einen größeren Compiler, es gibt da noch keine existierenden Pläne, also, wir basteln gerade an, äh, Emulator-Dingen, weil es gibt irgendwie nur so einen 90er-Jahre-Emulator, der befehlsakkurat und auch das nicht vollständig ist, aber nicht tatsächlich die, nicht tatsächlich diese 46 Takte, die einen Befehl ausmachen, emuliert. Ähm, ansonsten einen richtigen Compiler, also, diese 8000 Worte sind halt nicht viel Platz für irgendwie alles, was irgendwie so Runtime und Library und so sind, also, deswegen würde ich mal sagen, die Limits für irgendwelche höheren Sprachen sind schon sehr hoch. Ähm, plus, ja, wo will man irgendwie für so eine Sprache, die Stack erwartet, seinen Stack hinlegen? Der braucht ja auch, was? Ja, also, deswegen, Compiler für die Zuse für irgendwie moderne Sprachen ist, ist aus den Gründen halt tatsächlich echt schwierig. Ähm, irgendwie so, ähm, C-Art, C-Artig mit, wir verbieten Rekursionen und können deswegen unsere Funktionen statisch layouten und brauchen keinen Stack. Das wäre definitiv im Rahmen des Machbaren bis halt auf so Inkompatibilitäten, dass man 40 Bit Zahlen hat und echt nicht auf was anderes will. Also, man will jetzt nicht irgendwie C-konform sein und deswegen auf 32 Bit abschneiden. Ähm, aber, ja, klar, also, es öffnet definitiv Möglichkeiten, da jetzt auch mal ein bisschen mehr damit zu spielen, aber die Hoffnung ist erstmal den, äh, einen sinnvollen Emulator hinzubekommen und dann kann man den auch rausgeben und dann kann man auch an dem testen. Ähm, genau. Ja, sonst noch, ja? Ähm, ziemlich genau 100, äh, also mitgerechnet die, äh, Z23Vs, äh, die verbesserten späten Varianten und, äh, eine Handvoll, aber da weiß ich auch nicht, wie viele es am Ende noch waren, äh, VKs, also verbesserten mit Kernspeichererweiterung, die, äh, Trommel dann durch einen größeren Kern, durch einen zweiten größeren Kernspeicher ersetzt haben, was die praktische Rechenleistung nochmal um irgendwie Mehrheitsfaktor 10 gesteigert hat, weil man doch sieht, dass die sehr limitiert ist durch die Datenrate der Trommel. Ja. 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 Ähm, die haben 100.000 D-Mark gekostet, was irgendwie so eine magische Grenze für, ähm, Förderung von, für Universitäten war, für die Anschaffung von Rechenanlagen und darauf war das optimiert, ähm, waren damit definitiv weit unter dem, was jetzt irgendwie Großrechner aus den USA gekostet hätten. Natürlich in Sachen praktischer Rechenleistung durch diese Pizzarität auch sehr limitiert. Das muss man auch zugeben. Aber trotzdem, was so ein Büro an, äh, Damen mit, äh, Kurbelrechnern in einem Jahr geschafft hat, hat die Zuse halt in der Woche runtergerockt. und das war halt auch schon ein deutlicher Fortschritt. Klar, heutzutage nehmt irgendwie so einen Texas Instruments Schultaschenrechner, der ist schneller. Genau. Ja, dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und wenn es noch mehr Fragen gibt, die einer ausführlichen Antwort bedürfen, gerne später auch. Schultaschenrechnern Vielen Dank.